Servus zusammen, recht herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS22. Wir sind, ihr seht's am Deich, Deichhof Abendreden ist angesagt und wir sind am Kalken. Und ich bin bereits hier auf unserem zweiten Weizenfeld, das hier gekalkt werden muss. Jo, da muss, glaube ich, richtig Material drauf. Ja, ist auch ganz, ganz schlecht. So, der Kollege hier, der Hänger, ist schon wieder leer. Ja, das heißt, wir fahren wieder zur Kalkstation, denn dort kriegen wir doch einigermaßen zu einem vernünftigen Preis unser Material. Der Fendt ist unterwegs und ist bereits an der Ansaat beschäftigt mit Gerste. Und ich habe nochmal nachgeguckt, weil ich wollte definitiv nicht hier nochmal auflaufen. Getreide, die Hühner werden mit Getreide gefüttert, also müsste ja Gerste gehen und ich denke auch Hafer. Aber auf jeden Fall sind wir mit Weizen und Gerste, denke ich, auf der sicheren Seite, was das Thema angeht. Denn wir bauen hier, wie gesagt, im Wesentlichen zum Eigenbedarf an. Und das heißt, dass wir unsere Hühner, unsere Produktionen entsprechend mit Material, mit eigenem oder selbst hergestellten Feldfrüchten auch letztendlich bedienen wollen. So, hier links, da läuft er, da fährt er. Der Fendt ist am Aussäen. Ups, und ich muss hier rein. Stimmt, wir werden die, ich sag mal, die kleine Abkürzung nehmen. Also, man muss schon sagen, das hat er wieder ganz gefickt eingeschädelt, hier der Kollege Kalle. Denn wenn man auf die Karte schaut, hier links, es gibt sonst keinen anderen, jedenfalls keinen offiziellen Weg, hier rumzukommen auf die andere Seite. Denn auf der anderen Seite, rechts oben, da ist die Einkaufsstation für Saatgut, Dünger und Kalk und so weiter und so fort. Und da werde ich euch dann auch nochmal gleich was zeigen, denn da hat es auch eine interessante Produktion. Ich weiß klar nicht, ich glaube, das haben wir schon mal gezeigt, aber sicher ist sicher. Genauso wie ich eigentlich auch dachte, ich komme hier sicher vorbei. Und dann ist mir folgendes hier aufgefallen, Achtung, Bang. Also, ich bin da jetzt schon ein paar Mal vorbeigefahren und noch nie ist da was passiert, aber jetzt hier mit dem Kollegen, Bang. So, irgendwas passt hier nicht und ich fahre hier so vorbei und dann hebt es den hier richtig hoch, ne, ihr seht es. Also, irgendwas ist hier, Kollision und da muss man extrem aufpassen, weil da hätte es mich hier beinahe durch die Gegend geworfen. Also hier, dieser Kurve, vorsichtig sein, vorsichtig sein. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es solche Dinger auch sonst noch irgendwo gibt, diese unsichtbaren Wände. Also, sprich, Kollisionen, ob da noch irgendwo Kollisionen sind, auf die wir wirklich aufpassen müssen. Kollisionen, auf die wir aufpassen müssen, sind hier auf der Straße und deswegen geben wir mal hier zügigst Gas. Zügigst, zügigst. Ich glaube, hier ist der Verkehr nicht ganz so krass wie auf der Oberschwaben, ne. Oder? Ist der Kollege dran? Ja, gerade so, ne. So, dann fahren wir mal zur Verkaufsstelle, beziehungsweise zum Einkauf und da wäre ich ja auch um ein Haar dran vorbeigefahren. Also, da muss man schon ein bisschen aufpassen. So, da habe ich mich echt verschätzt, weil, wie gesagt, so, ich habe auch gedacht, da wird es irgendwo noch weitergehen, aber das ist nicht der Fall. Also, da irgendwie links rüber, da ist eine Feldeinfahrt, aber ich sehe nicht, dass man da irgendwie links rüberkommt, oben rum. Ne, hier ist die Feldeinfahrt. Jep. So, hier ist die Verkaufsstelle. Und dann wollen wir hier nochmal ein bisschen Kalk tanken. So, mach voll das Ding. Das müsste wieder so knapp 500 Euro sein. 500 Euro, 472 für 4200 Liter. Ich glaube, das ist ganz okay. Damit können wir arbeiten. Das ist nicht ganz so schlimm. So, und womit wir auch bald hoffentlich irgendwann arbeiten können, das ist hier diese Produktion. Denn hier hat der Kalle wieder mal uns ein Symbol hingehauen. Wir können also Popcorn, Pommes herstellen. Das natürlich für, ist logisch, das Kino. So, und dann hier auch natürlich Sonnenblumenöl, Rapsöl und die Wolle bringen wir hierher, weil hier werden daraus Textilien, so wie es aussieht. Also, früher oder später müssen wir hier definitiv das Ding hier kaufen für bescheidene 60.000. Dann machen wir hier richtig full die Action. Ne, dann kommt das Ganze nämlich hier rein. Da haben wir nämlich das Ganze nochmal und dann wird das hier eingeworfen. Und wo kommt es raus? Wo kommt es raus? Weiß es jemand? Wer weiß es? Wer weiß es? Ich vermute auf der Seite, oder? Wo kommt denn das jetzt raus? Hinten? Bin ich dran vorbeigefahren? Habe es nicht gemerkt? Hä? Also hier wird abgeladen. Irgendwo wird es doch dann ver... Ach, hier. Okay. Alles klar, danke. So, wir wollen weiter, denn es gibt noch viel zu tun. Ich bin da gespannt. Jetzt müsste doch gleich der Fan sich melden. So gefühlsmäßig waren das doch höchstens nur fünf Bahnen. Ah, man sieht es wieder nicht. Okay, raus. So, und wie gesagt, mal schauen, ob wir da irgendwann mal so einen kleinen, ja, Zwischenweg bauen oder sowas. Hier vielleicht zwischen Feld 10 und 9. Wenn wir die mal gekauft haben, können wir da eventuell eine Straße, einen Weg basteln, damit wir dann das doch ein bisschen direkter haben, um da hinzukommen. Aber es ist ja zum Glück nicht die Oberschwaben, wo man ja eine halbe Weltreise machen muss, um zum Händler zu kommen, ne? Also das ist hier alles noch gut, gut, gut machbar im Singleplayer. So, hier geht es jetzt rein. Ein bisschen auf die Bremse. Und oben dann wieder gut, gut aufpassen, Freunde, ne? Also, Kollision, schön hier in der Spur bleiben. Nicht zu sehr nach außen drängen lassen in der Kurve. Also, besser etwas schneiden. So, jetzt fahren wir hier ganz vorsichtig. Ja. Als wir hier die Aufträge in der, ich glaube, das war die vorletzte Folge, als wir die Aufträge gemacht haben, die beiden Ernteaufträge, bin ich ja hier mit dem New Holland auch vorbeigepäst, aber da ist mir nichts aufgefallen. Also, da, entweder habe ich es da genau passend hingekriegt, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass der Fendt hier durch ist. Das heißt, dann können wir den Kollegen schnappen und dann auf jeden Fall rüberfahren. So, sieht gut aus. Das sieht soweit gut aus. Aber klassisch. Ja, das macht die irgendwie, aus welchem Grund auch immer. Irgendwas stimmt hier nicht, da bleibt immer so ein bisschen was übrig. Ja, das hat sie hier auch gemacht, glaube ich. Ja, okay. Aber, mein Gott, damit können wir leben. Dann haben wir da halt diese berühmte Individualität. Ich habe ja schon mal, glaube ich, auf einer anderen Map, ich weiß jetzt gar nicht, Alteiche oder wo wir auch diese Köckerlinge haben. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Aber das ist dann halt so unsere persönliche Note. Was habe ich dann in die Kommentare geschrieben? Da lassen sich dann auch unsere Felder leichter erkennen von oben. So, das Gras müsste ja, Augenblick, 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 stoppen mal. Gras ist im Wachstum. Ja, da ist der pH-Wert ganz okay noch, interessanterweise. Aber da müssen wir düngen. Also pH ist hier noch nicht ganz so wichtig. Das heißt, wir kümmern uns in erster Linie natürlich um unser Getreidefeld. Dass wir da die Gerste drauf bekommen und dass wir da einen guten Ertrag bekommen. Denn die Felder, auch das ist wieder so ein bisschen wie auf der Alteiche, sind im Großen und Ganzen nicht bei 100%. Also die meisten Felder sind niedriger als 100%. Gerade die Felder hier im Norden, im Süden der Karte geht es etwas besser. So, wir müssen... Ach, da hat nur die zwei Bahnen geschafft. Erstmal aufklappen. Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden nochmal Kalk holen müssen. Ja, ich glaube, den Kalk, den wir am Hof haben, den lassen wir mal in Reserve. So. Okay. Und dann müssen wir mal schauen, wie er da oben damit umgegangen ist. Ab die Post. Lass den Helfer arbeiten. Wir gehen zum Fendt. Motor an. So, wir schauen mal aufs Kärtchen. Wir schauen aufs Kärtchen. Aber es sieht eigentlich gut aus, ne? Es sieht gut aus. Er hat auf jeden Fall gut ausgebracht. Wie sieht es damit aus? Okay. Da müssen wir natürlich jetzt einiges tun. Das ist richtig. Grasfelder mal anzeigen. Ja, im Wachstum. Ja, und müsste gewalzt werden. Aber das schenken wir uns erst mal. Die Walze ist wieder so, ich sage mal, wenn wir wieder genug Geld haben. Denn die 96.000 da oben, die sind natürlich trügerisch. Denn das ist alles nur geliehen. Also, wir sind im Moment im Minus. Das heißt, wir müssen schauen, dass unsere BGA bald zum Laufen kommt. Und dass wir da dann ordentlich arbeiten. Ah, wie hätte ich Bock hier links dieses Maisfeld zu häckseln? Wie hätte ich Bock, dieses Maisfeld zu häckseln? Also, ich mag diesen Hof. Der ist einfach wirklich schön, schön, schön gemacht. So, der Fendt, der zieht auch echt was weg. Na, muss man schon sagen, mit der Köckerling, da ist der wirklich gut unterwegs. So, das passt auch wieder. Dann schauen wir mal ganz kurz, wie er denn das hier mit dem, ja, da oben mit dem Kalk hingekriegt hat. So 55. So. Ne, da müssen wir, stoppe mal, hier runter. Ja, wusste ich es doch. Hier oben müssen wir noch ein Vorgewende fahren. Das hilft wieder nichts, das hilft wieder nichts. Da müssen wir wieder was machen. Hervorragend. Und in der Zwischenzeit darf ich ganz kurz nochmal dran erinnern. Wir machen Freitagabend. Ich denke 22 Uhr. Um 22 Uhr Late Night Farming hier bei mir auf dem Kanal. Dann streamen wir hier von der Deichhof Abendfrieden. Und dann schauen wir, dass wir hier richtig in drei Stunden, also ich will auf jeden Fall drei Stunden hier zocken. 22 bis 1 Uhr Freitagabend Late Night Farming bei mir auf dem Kanal. Und dann schauen wir, dass wir hier auch mal richtig gut vorwärts kommen. Und in die Produktionen. Und vielleicht kaufen wir uns dann da hinten auch schon die Produktion. Wobei, hm, wir brauchten ja Mais. Wir bräuchten Sonnenblumen. Wir bräuchten so viel. Das haben wir ja alles noch lange nicht am Start. Ja, okay. Das wird es dann wohl eher weniger. Aber was es vielleicht hier wird, da bin ich nämlich am Überlegen. Deswegen habe ich ja auch dieses Feld gekauft. Beziehungsweise das Feld nebendran. Dass wir uns hier eventuell noch einen schicken Weg hinmalen. Damit wir etwas leichter zum Wasser kommen. Denn das große Problem ist so ein bisschen, dass man hier nicht wenden kann. Naja, doch, man könnte schon wenden. Aber, naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. So. Das passt dann, glaube ich, so mit dem Vorgewende. Hervorragend. Schon interessant, dass das nicht ausfährt bis nach hinten. Obwohl hier ja eigentlich noch ein bisschen Platz ist auf dem Feld, ne? So, dann lassen wir den hier die Richtung laufen. Ab die Post. Und dann in den Fendt. So, jetzt überlege ich gerade. Ja, da könnten wir wenden. Da machen wir ein schönes Vorgewende. So, und auch hier werden wir Gerste aussehen. Mal kurz die Hilfe einschalten. Ach, ich wollte ja noch hier Saatgut nachtanken. Na ja, ist egal, dann lassen wir das Ding erstmal leer laufen und dann holen wir Saatgut. Sind wir dann vorbeigefahren. Wieder mal nicht mitgedacht, Herr Kollege. Nicht mitgedacht. Hätten wir uns schon wieder einen Weg sparen können. Und ihr wisst ja, Leerfahrten sind zu vermeiden. Na ja, gut, ganz so leer sind wir nicht gefahren. So, ab die Post. Ja, interessanterweise fährt er jetzt da vorne auch nicht bis ganz ran. Oh, der Tank ist schon wieder leer. Ja, ich denke mal, dann werden wir nochmal holen. Dann werden wir nochmal Kalk holen. Aber zuvor schauen wir, dass wir hier ordentlich die Vorgewende gefahren haben, damit dann der Fendt losgeschickt werden kann. Und dann werden wir nochmal Kalk holen. Hupsala, so. Jetzt hatte ich aber einen Kratzen im Hals. Jo, aber jetzt kommen wir wieder rein. Sehr schön. Ja, dann schauen wir, dass wir da vorne auch noch zwei Vorgewände, oder ein Vorgewände. Wir können ihn eigentlich auch fahren lassen und dann machen wir das Vorgewände später. Ja, machen wir so, so. Hinten die Klappe zu und dann geht's los. Hat der wieder, ja, Allrad, das schalten wir wieder aus. Wir fahren mit dem Lindner dann auf der Straße lieber nur mit Vorderrad. Nur mit Vorderrad, aber wir könnten auch mal Folgendes ausprobieren. Dann schauen wir mal, ob er mit dem Helfer, das würde mich jetzt mal interessieren, wenn wir vorne an der Straße stehen, wo er oder wie er mit dem Helfer fährt. Ja, das könnten wir doch jetzt auch mal checken. Denn das ist natürlich auch mal ein wichtiges Kriterium für so eine Map. Gerade hier für die Consolieros, wie es denn aussieht mit den Helfern. Ob die uns dann hier auch gut unterstützen, zumindest beim Fahren. Dann können wir nämlich in der Zwischenzeit eventuell schon mal das Milchfass noch vom Händler holen, weil das steht ja auch noch rum. So, jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich den jetzt hier abstelle. Und wir nehmen und versuchen mal da hinzukommen. Dann sagt er, geht nicht. Aber geht nicht, gibt es nicht. So, vielleicht jetzt. Okay. Nee, zielendurch. Doch, er fährt. Okay, dann würde ich doch sagen, fahren wir mal gleich mit dem Glas hinterher und schauen mal, fährt er ganz runter oder fährt er tatsächlich? Ja, das sehen wir auch hier auf der Karte dann, denke ich. Ja, er fährt die Straße runter, nimmt also nicht die Abkürzung, den Feldweg. So, das heißt, dann werden wir ihn auch gleich zu sehen bekommen. Also denke ich zumindest. Ja, da unten ist er. Auf der Karte sehen wir, links unten sehen wir, er fährt also die Straße runter. Dann sind also praktisch nur die Straßen eingefahren. Ja, macht vielleicht auch Sinn, weil wir haben da oben an diesem Wallenlager, ja, an diesem Wallenhaufen, ja, diese Kollision. Ich glaube nicht, dass wir da mit dem Helfer ordentlich rumkommen. So, der Kollege hält hier ein bisschen auf, habe ich den Eindruck, oder? Wie schnell fährt er denn? Ah, nee, 42, das passt schon. Okay. So, Mais bräuchten wir für Popcorn, Kartoffeln bräuchten wir für Pommes. Die Öle sind eigentlich, glaube ich, nicht für den weiteren Verkauf wichtig. So, das macht er sehr gut. Jo, und dann haben wir ja die Wolle. Die Wolle, die wollen wir natürlich gewinnbringend veräußern. Da würde mich mal interessieren, wo man die dann verkauft. So, jetzt können wir den losschicken mit dem Helfer. Genau, hierhin, das dürfte funktionieren. Hervorragend. So, dich übernehme ich, da fahre ich lieber selber. Und dann schauen wir mal, wo wir dann später unsere Textilien verkauft kriegen. Und die müssten ja auf jeden Fall ordentlich Asche bringen. Okay, nochmal voll machen, bitte. So, wo kriegen wir Textilien verkauft? Unsere Klamotten. Stoff, der macht gar keinen Stoff, gell? Der macht sofort Kleidung, wenn ich das gesehen habe. Der überspringt es. Landhandel, Produktannahme. Landhandel, Produktannahme. 11.000. Wo ist denn jetzt schon wieder der Landhandel mit der Produktannahme? Das wird doch hier unten sein, oder? Ja, da unten Landhandel, Produkt und da Getreideannahme. Okay, also da haben wir dann ordentlich zu fahren. Da müssen wir dann unsere Wolle hier rüberbringen und von dort dann hier runter. Also so sehe ich das, ne? Also der hat doch hier gezeigt, dass der die Wolle praktisch direkt... Oder macht er das in beides? Dass man entweder sagt Stoff oder gleich Textilien. Nee, gell? Nö, das ist Kleidung, Textilien. Das heißt, er macht die Wolle, er überspringt das, äh, den Stoff und macht anscheinend hier direkt Textilien. Sehr schön. So, der andere Kollege ist oben angekommen und das bedeutet, dass er jetzt mit Sicherheit den ganzen Verkehr aufhält. Und das hält hier uns ein bisschen den Rücken frei. Ja, das soll mir auch recht sein. Hervorragend. So, ich bin mal gespannt, wie weit der Fendt ist. So, geht's hier schon rein? Nein, noch eins später. Hier geht's auch zu einer Verkaufsstelle. Hier ist ein Parkplatz und hier müssen wir jetzt rein. Um wenigstens ein bisschen abzukürzen. Also hier werden wir noch sehr, sehr häufig langfahren. Ich muss mir auch überlegen, ob wir eventuell, ja, ich glaube, wenn wir es halt abgefüllt holen, mit dem Anhänger, das Saatgut und das Düngemittel, dann werden wir auf jeden Fall günstiger fahren, als wenn wir mit den Paletten arbeiten. Und das heißt, da bietet es sich eventuell an, dass wir noch eine Füllstation, müssen wir mal schauen, wie wir das am Geschicktes nehmen kriegen. Aber da würde ich halt gerne einmal hinfahren und das Material holen und dann irgendwo bunkern. Ich müsste mal schauen, ob das natürlich auch in unser Multifruchtsilo passt. Das wäre natürlich auch gut. Dann könnten wir natürlich Saatgut und Düngermittel auf jeden Fall im großen Stil organisieren. So, Freunde, da steht die, da steht die große, große Schlange. Okay. Ja, da hat er natürlich gleich mal beide Richtungen blockiert. Sehr schön. So. Dann würde ich doch sagen, dann stellen wir das Ganze erst mal hier her. So, wo ist er? Wo ist er? Ja, hervorragend. Also, da können wir noch, da sind wir noch im grünen Bereich, was das Kalken angeht. Und witzigerweise macht er tatsächlich hier bis zum Feldrand brauchen wir eigentlich gar kein Vorgewende. So, mittlerweile müssten auch hier schon wieder welche stehen. Ja, tatsächlich. So, dann geht's aufs Feld. So, dann geht's aufs Feldrand. So, du leh. Ja, wie gesagt, das müssten wir mal checken. Und zwar, jetzt merke ich nämlich auch gerade, wäre ich oben lang gefahren, dann hätten wir es auch gleich gecheckt. Denn wenn ich ja mit Sicherheit hier Kalk... Achso, nee, das geht so gar nicht, oder? Kann ich hier Kalk abladen? Nee, kann ich mit dem Gerät nicht. Nee, nee, das geht natürlich nicht. Okay. Hier haben wir genügend Platz zum Wenden. Sehr schön. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob wir später einfach mit dem Glas und den Paletten, dass wir einfach die Saatgutpalette mal da hochbringen und schauen, ob wir das ins Multifruchtsilo kippen können. So, wo müssen wir hin? Wo geht's weiter? Hier geht's weiter, in diese Richtung. Ah, und der Fendt ist jetzt leer. Das passt ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Sehr gut. So, ist ja schon ausgeklappt. Jupp, Schiebe auf. Weiter geht's. Dann klappen wir dich mal zusammen. Und dann mal vom Feld her runter und nochmal Saatgut getankt. Können wir schon mal hinten aufmachen. Und überall stehen diese schönen, schönen Schilder. Damit wir auf jeden Fall auch wissen, wo wir hin müssen. Wenn ich das jetzt richtig sehe mit dem Symbol an der BGA, können wir da die Silage auch direkt reinkippen und müssen sie gar nicht da hochbringen. Das ist natürlich auch hervorragend. So, jetzt müssen wir aufpassen. Was ist Saatgut? So, das ist Saatgut. Muss Saatgut sein, natürlich. Dann haben wir die Palette auch schon mal wieder weg. So, da haben wir leider keinen Weg, um zum Feld zu kommen. Da müssen wir jetzt wieder hier wenden. Mit dem großen Gerät müssen wir auf jeden Fall einmal hier rumfahren. Und da vorne staubt es. Ein Zeichen, ein deutliches Zeichen für Kalken. Ja, da wird er nämlich auch gerade fertig. Das ist sehr gut. Und ab die Post. Und ich denke mir, wir fahren jetzt doch mit dem Glas mal noch schnell ein bisschen Milch holen. Das dürfte ja eigentlich gehen. Und dann bringen wir nämlich die Milch noch in die Produktion. Dann schauen wir mal. So, muss ich hier durchfahren? Wo kriege ich denn jetzt die Milch? Da muss ich hier durch, oder? Befüllung starten. Hervorragend. So, jetzt müssen wir halt nur schauen, wie kriegen wir jetzt die Milch da hin? Indem wir hier rückwärts einparken. Und ab die Post. Sehr schön. Aber ich gucke, ich sehe leider noch keinen Salat, Freunde. Noch keinen Salat. So, wir schauen mal kurz rein. Es sieht so aus, dass wir mittlerweile Tomaten haben, Milch und Mehl. Und was uns noch fehlt, ist der Salat. Dann können wir endlich loslegen und hier wunderschön Brot mit Käse und Salat machen. Wir können natürlich auch so Brot machen, denn Mehl haben wir genug. Das heißt, die Produktion werden wir mit Sicherheit dann jetzt auch gleich anwerfen und uns hier die ersten lecker, lecker, lecker Sachen hier produzieren. Auf dieser wunderschönen Map auf der Deichhof Abendfrieden. Freunde, das soll es wieder mal gewesen sein. Wir schauen noch mal ganz kurz aufs Feld. Was die Kollegen da machen. Ach, die behindern sich gegenseitig. Das war ja klar. Das war zu erwarten. Der andere hat dann aufgehört. Das heißt, den tun wir noch schnell aus dem Weg bringen. Schön, dass er blinkt. So, der Motor ist an. Jetzt müssen Sie aufpassen. Sobald ich hier rückwärts setze, wird der natürlich nachfahren. Na, was ist los? So, komm. Sehr schön. Hervorragend. Wir machen zu, den Deckel und das Gefährt kommt dann da rüber und dann stellen wir es erst mal aus dem Weg. Hervorragend. So, ich bedanke mich recht, dass wir so sehen hier auf der wunderschönen Map. Und sage wieder mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio. Euer Baden Farmer. So, ich bedanke mich recht, bis zum nächsten Mal.